Hallo, wir haben unsere Freunde. Wir haben Dread of Star mit Dread of Star. Sie haben uns gesagt, dass Dread of Star wird Champion du Monde 2014 in Luxemburg. Aus Frankreich haben wir Dread of Star mit Dread of Star. Und Sie möchten bitte gerne Weltmeisterwerk 2014 von Luxemburg. Applaus Applaus